So, let's go, ladies and gentlemen. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The Walking Dead mit Chuck Norris, der Gitarre spielt. Ha, das freut mich. Gut, man muss immer kritisch hinterfragen. Ja, schon mal auf den Zug gefahren? Ach komm, klein ist, ich bin da. Muss ich nicht fürchten. So, äh, ja, ich muss mich jetzt hier nicht mit einem unterhalten, sondern ich rede mit Kenny weiter. Yep. Großartig. Ah, cool. Wir fahren mit dem Zug. Ist das geil. Ja, das... Kann ich verstehen. Ja. Alter, wie redest du mit... Nicht meiner Tochter, aber mit meiner... Ah. Letz mich nachdenken. Wenn er die... Oh ho 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 ho. Ah, ist der Zug wirklich eine gute Idee? Wir können auch weiter, wenn du willst. Wir können noch weiter, wenn du willst. Das glaube ich nicht, dass ich es nicht mehr will. Das ist was wir tun. Ich denke, Lee will nur, es überlesen. Es ist überlese. Gehen, Kat. Ich werde vorlieg. Ich will nichts nassintegrieren. Alter, ne? Das ist schon so eine kleine Piss... Ja, wobei, ist natürlich sein eigener Sohn. Aber wenn das Larry wäre, dann hätte er dem schon längst einen runtergeknallt, ne? Aber natürlich sein eigener Sohn ist halt immer so schwierig. Ja, ach, ist alles scheiße. Tut mir leid für meine Ausdrucksweise. Danke. Fuck, ey! Das ist geil. Und ich gehe mal hundertprozentig davon aus... Naja, nicht hundertprozentig, 90%, dass das Kapitel jetzt abgeschlossen ist. Aber ich weiß nicht. Vielleicht passiert noch irgendein Unglück. Ich will irgendeinen Zombie jetzt wegcrashen. Wegbashen. Schmeiß ihn vom Zug los. Hat sowieso keinen Sinn mehr. Ich weiß, jetzt ein Stück Schaschlik bin ich, ey. Ja, bitte, geh auf die Gleise. Du mit deinem Hühnerbrustarm. Oh ja. Und, und, und. Alter, das ist so cool. Das ist echt cool. Weil, niemand kann uns, nichts kann uns aufhalten. Wir, wir fetzen einfach durch. Ich meine, so Züge können durch ganze LKWs fahren, ne? Ne. Drei Kinder? Oh. Böse. Es gab mehr von uns. Wir schaffen das. Das wird alles gut. Du gehst nur so viel als jemand anderes. Mhm. Mhm. Haha. Ich weiß nicht. Ah. Lee. Scheiße. Lee, ich brauche dich. Jetzt. Ich brauche dich, um die Hände zu sein. Was, Herr? Alter, der beißt mich noch. Der beißt mich noch. Der beißt mich noch. Der f- Oh, oh. Oh, oh. Oh, fuck. Er ist aus dem Zeitpunkt. Wir müssen diesen Trainern stoppen. Shit. Okay. Ja, ist gut. Ich hab's verstanden. Scheißen Dreck, ey, da. Wir werden immer kleiner. Okay. Boah, es ist echt super. Und ich bin wieder dieser super tolle, gute Nachrichtenüberbringer. Und hier kommen die Nachrichten. Leider wird ihr Kind jetzt sterben. Die Aussichten auf schönes Wetter ist niedrig. Bitte mach nicht einen. Achso, ich dachte schon, einen mit dem Lappen runterhauen. Oh, nehmen. Ich kann Kenny nehmen. Von hinten. Nein. Die Geburtsstunde eines Walkers. Dein Sohn's Blut. Ich bin raus. Du weißt, er ist sterben. Niemand weiß was. Er wird alles gut. Er wird alles gut. Er wird alles gut. Tut mir leid. Ich sollte nicht so sprechen. Geh zurück da und erzähle meine Frau, dass alles gut ist. Was ist der verdammte Deal? Er ist ein bisschen krank. Aber wir können nicht nur aufhören. Es ist ein Schrapp. Er ist nicht wie die anderen. Jesus. Oh, wir machen es nur noch schlimmer. Hier geht es nicht um Duck. Du schaust den Tatsachen nicht ins Auge. Und du hast auf Duck, auf alle. Stopp es, Gott. F*** dich, Lee. Du wirst hören. Oder was? Alter. Oh, wie? Gegen ihn kämpfen. Ich schlage dich, ich glaube. Indem du mit deinem Freund redest. Wer ist ihn? Du konntest nicht Herschels Sohn dann save. Und du kannst jetzt nicht Duck save. Schau deine Mache. Also du rufst wie ein Kerl. Boah. Heilige Scheiße. Muss es sein. Au. Hallo, wie wäre es mal mit wehren? Wie wäre es? Ich will ihm nicht wehtun. Ich will ihn doch umbringen. Oh. Was geht denn? Wer kehrt mit dem? Ganz ehrlich, ey. So, also nochmal dasselbe Spiel. Nochmal dasselbe Spiel. Alter, ganz ehrlich. Hör doch endlich, Achuf. Oh mein Gott. Was geht denn jetzt ab? Oh mein Gott. I'm sorry. I'm sorry. Ui. Ich sollte Psychologe werden. Ich sollte Psychologe werden. Auf jeden Fall. Kümmere dich darum. Mach ich. Mach ich, Fatih. Mach ich. Find ich gut. So, und jetzt geht er raus und kümmere dich um deinen noch Sohn. Tu mal leid. Ich hätte es nicht sagen sollen. So schlecht. Oh. Fuck. Ken, es ist... Ich denke, es ist Zeit. Oh, shit. Alter, der hat mich ziemlich zugerichtet, der Kerl. Oh, yeah. Nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Wir haben uns gerade noch voll geprügelt. Und wir sind wieder dicke Freunde. Wir können ihm nicht, dass er einer dieser Dinge sein kann. Was? Was? Was, wenn er nicht... Kenny, ich liebe dich sehr viel. Ich liebe unseren Sohn, mehr als ich selbst. Gott, wenn ich mir das vorstelle, dass es ich wirklich ich wäre. Schrecklich. Zum Glück gibt es keine Zombies. Hoffe ich. Doch. Was? Was willst du machen? Komm schon, Kat. Wenn du einen denkst, lass mich wissen. Ist es keine Art von Pille? Oder etwas, was wir einfach nicht geben können? Wir können einfach nur schlafen, um zu schlafen. Right, Hon? Ich meine, Jesus, das ist unser Son. Ich weiß. Aber wir wissen, es ist hier. Oh, mein Gott. Das ist nicht cool. Ach, Gott. Ich will es. Nein, du musst nicht. Katja, fuck. Oh, shit. Ich weiß nicht, wie... War ich? Nee, ich kann das nicht machen, ey. Ich liebe dich, Ken. Aber das ist beyond... Ich liebe dich, Katja. Ich kann nur schlafen, Ken. Sie kann es nicht machen. Schraube, Lee. Oh, mein Gott. Oh, Gott. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Nee. Alter, was kommt jetzt? Oh, shit. Da kann ich hinschauen. Oh, mein Gott. Was ist jetzt, wenn jetzt dieser Typ zum Zombie wird und der frisst die Frau auf? Oh, shit. Oh, Mann. Das hat mir nicht gefallen, dass die Pistole so um Katja kümmert sich um Duck. Oh, Gott. Ich dachte, er würde sterben. Wird er auch. Sie bringt ihn um. Sie sorgt, dass es ihm gut geht. Sie macht es sicher, dass er okay ist. Ja, man muss es immer so sehen können, sagen. Oh, er ist gebeten. Sie macht es sicher, dass er nicht zurückkommt. Oh, ja. Ich bin ein so guter Mensch. Jetzt zumindest. Oh, Gott. Oh, Gott. Dir wird das niemals geschehen. Niemals! Dafür werde ich sorgen. Du weißt das. Natürlich weiß ich das nicht. Doch weiß ich. Anscheinend. Ich werde sie holen. Sie ist wirklich nass. Ben, geh Clementine auf den Tränen, okay? Oh, Gott. Das ist so dramatisch. Und jetzt hat sie sich erschossen, ne? Oh, Gott. Dann spiele ich das Spiel nicht mehr. Oh, Mann. Ja, aber Moment mal, Moment mal. Wenn man den in den Kopf schießt, stimmt, dann sterben wir, ne? Dann sterben die Viecher. Stimmt. Ich habe gedacht, wenn der Kopf ab ist. Aber es stimmt. Ja, stimmt. Oh, die Geier kreisen schon. Wahrscheinlich ist kein Geier. Aber man kann hier ein bisschen Fantasie hegen. Ich wusste es. Alter. 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 Okay. Das ist echt übel. Ich habe das Spiel zuvor noch nie gespielt. Das war geraten, dass die erschossen war. Aber dass sie es jetzt echt gemacht hat, das ist übel. Warum? Weil die hat noch so, die hat doch noch so... Kenny, das vertragst du nicht. Lass mich das machen. Ich habe die Kraft dazu. Oh, fuck. Jetzt fühle ich mich schuldig, weil ich gesagt habe, sie soll es machen. Super, toll. Das ist ein ganz tolles Spiel. Das Spiel, das sorgt dafür, dass ich mich immer schlecht fühle. Toll, ne? Und warum spiele ich das überhaupt noch? Ich fühle mich doch sowieso so schlecht. Ernsthaft. Scheiße. Alter, ich kann das nicht machen. Oh, fuck. Nicht, dass du dich auch noch erschießt, ey. Oh, Gott. Das tut so weh. Ich kann ja nicht hinschauen. Ich muss aber hinschauen, sonst treffe ich nicht. Oh, Gott. Das ist echt böse. Du mal leid. Was, du mal... Oh, verdammte Scheiße. Oh, Gott. Oh, Gott. Naja, ich bin... Das ist... Sorry. Ach, du Kacke. Ach, du Scheiße. Das ist... Alter, das ist übel. Also, in den seiner Haut möchte ich echt nicht stecken. Das ist... Das ist ja... Das ist ja brutal. Alter Schwede! Und ich fühle mich jetzt doppelt schlecht. Einmal habe ich sie umbringen lassen, ne? Und ich habe ihn jetzt auch umgebracht. Das ist super, oder? Tolles Spiel. Super. Geil. Also... Danach darf ich sündigen. Nein, war echt, ne? Oh, Gott. Oh, Gott. Erst Kali. Wir sind... Wie viele Leute sind wir nur noch? Wir sind echt wenige nur noch. Super, oder? Toll. Krass. Wahnsinn. Das ist ein... Also, so ein dramatisches Spiel habe ich noch nie gespielt. Also, von der... Von der Geschichte her ist dieses Spiel echt packend. Was mir natürlich zum einen gefällt, ist man da nicht, weil ich... Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Wie bitte? Nö, natürlich nicht. Du verdammter Penner. Das kann nicht sein, ey. So ein Bullshit. Natürlich wird sie 90 einmal tot sein. Na und... Dann weiter überleben. Chuck gefällt das nicht. Mir ist doch scheißegal. Ganz ehrlich, ey. Alter? Alter? Soll das ein Witz sein? Ja. Du weißt vielleicht schon, alter Mann, dass so einen wachen Rückstoß hat. Und wenn so ein kleines Mädchen schießt, dann stirbt sie ja von dem Rückstoß. Ne, ne. Alter, willst du mir... Schneid dir erstmal die Haare. Ganz ehrlich. Na. Ja. Ach, der jetzt auf einmal findet, der ist gut. Wieso? Wohin gehst du? Na ja, eigentlich ja nicht, ne. Nachdem du was dir tust. Hast du Familie. Achso. Alles klar, ne. Nicht mal das schuld. Dann bist du also heimatlos. Dann bist du heimatlos. Eh, ich glaube. Ich hatte hier und da. Und die einfach nicht funktionieren. Ja. Wäre auch nicht für mich, ne. Ich mag einen Drink. Ja. Hast du was? Nein. Ich rede doch nicht mit dem. Garantiert nicht. Das interessiert den einen. Was ich mit der Ente gemacht habe, ey. Ach, verdammt. Ach, Mann, Mann. Was soll ich jetzt noch mal machen? Äh, benutzen. Hey. Achso. Gut, dann gehen wir wohl weg. Achso, ne. Es ist schon wieder. Gott, mein Gott, ich spiel schon wieder so lang. Es ist Wahnsinn. Dann machen wir ganz kurz Pause. Vielen Dank für's Zuschauen. Ich hau dir euch gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder Walking Dead mit mir dabei seid. Mein Name ist Ben und ich sage für heute Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.